Im Team sind wir acht Personen. Ich bin der Teamleiter. Das Team besteht aus relativ jungen Leuten. Die meisten sind Projektmanager. Der Zusammenhalt im Team ist riesig und von Zeit zur Zeit versuchen wir auch privat das eine oder andere gemeinsam zu unternehmen. Ich mag, dass sie sehr hilfreich sind. Ich kann zu meinen mehr kennengelernten Kollegen kommen und zu Fragen über Coding, über Standards. Mit Konflikten gehen wir sehr offen um. Sobald irgendetwas ist, wird das sofort angesprochen. Ein Konflikt ist nur dann ein Konflikt, wenn man ihn nicht behandelt, wenn man nichts dagegen tut. Es gibt eigentlich kein Ränkespiel. Es ist einfach ein Team, wo ich mich als Teammitglied hinzuzähle.